ein herzliches willkommen zu einem weiteren kampf mit von löher gameplays bei pokémon packen dx auf der switch ich versuche mal was neues und zwar mit ganger habe ich das versuch gegen drag nox aus italien ein schatten youtube wir gucken hier allerdings eine wiederholung da ich nicht dabei daheim war wie ich das aufgenommen habe beziehungsweise gespielt hatte und dadurch werde ich jetzt hier einfach nur die wiederholung aufnehmen und nebenbei kommentieren falls ich was zu kommentieren habe und ja ich hoffe der kampf gefällt euch trotzdem weiterhin ich habe ich habe halt mit dem ganger ein bisschen trainiert gehabt hat gedacht auch cool das ist eigentlich auch kein schlechtes pokémon da wollte ich halt mal mit dem ganger statt mit meinem gewöhnlichen knack rack hier mal kämpfen online aber mit ganger ist es ehrlich gesagt gar nicht mal so leicht ich habe mir zwar bis jetzt nur 23 siege aber es macht halt eventuell mein ganger doch kaputt wie es aussieht ja k.o. 1 0 für drag nox glückwunsch es ist ja noch eine runde da kann ich vielleicht noch gewinnen ja wie es aussieht macht er mich gerade irgendwie fertig ja das ist echt blöd man rechnet immer damit dass er einen angreift wenn man direkt schild macht aber irgendwie funktion klappt es auch immer leider habe ich diesen kampf verloren aber na gut okay trotzdem ein kampf fertig und der nächste folgt zugleich wenn es euch gefallen hat daumen hoch oder daumen runter wenn daumen runter bitte ein kommentar warum und ansonsten ihr könnt mich auch gerne abonnieren und dann verpasst ja auch keinen weiteren teil auf jeden fall bis zum nächsten kampf mit von lö her und ich verabschiede mich tschüss